Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gab zahlreiche Tote und Verletzte Madame, wir halten Sie für den einzigen Menschen, der Birma jetzt in die Demokratie führen kann Ihr Vater hat erfolgreich für die Unabhängigkeit Birmas gekämpft Sie haben die Chance zu vollenden, was er begonnen hat Durch Meinungsverschiedenheiten durften wir uns auf keinen Fall auseinanderbringen lassen Lasst uns gemeinsam unserem Ziel entgegenschreiten Ich will, dass Sie diese Frau unter Druck setzen Sei tapfer, Su Sei tapfer, verliere nicht den Mut 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 Untertitelung des ZDF, 2020